Und was dabei entstanden ist, ist ein neues Implantat, das heisst Lumen. Auch dieses Implantat besteht aus einer Silikonhülle und ist gefüllt mit Silikon. Doch was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Das Lumenimplantat schaltet sich an. Wenn man noch einmal drauf drückt, schaltet sich es wieder aus. Selbstverständlich kann man das Ganze auch per App bedienen. Man wird schön hingeführt, man tut das einfach nur hinzuheben. Und schon ist es verbunden. Jetzt kann man es hier oben wieder einschalten. Und jetzt kann man die Farbe sogar wählen. Man kann zum Beispiel sagen, jetzt hätte ich gerne Rot. Selbstverständlich gibt es auch Violet oder Blau. Jetzt, für wer eignet sich eigentlich so ein Implantat? Grundsätzlich ist ein Implantat geeignet für jede Situation, wo man gerne mehr Licht hat. Das könnte zum Beispiel sein, wenn man aufs WC geht. Ja, ihr wisst ja, ich bin eine Person, ich möchte immer einzigartig sein. Ich möchte alles, was alle anderen nicht haben. Und einfach ein bisschen spezieller sein. Und deswegen habe ich gefunden, das Lumenimplantat ist perfekt für mich. Also ich liebe es. Ich bin ein riesiger Fan. Oh, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ja, ich habe auch in den Einstellungen eingestellt, dass wenn ich eine Nachricht bekomme, dass das farbig aufleuchtet, wenn meine Schwester anruft oder so, dann leuchtet es einfach pink. Dass ich weiss, dass es sie ist. Und für mich natürlich mega praktisch. Tschüss.